English loan words that many young Germans use on a daily basis. Thanks to my community for coming up with these examples. Random. Ey, ich hab mich total verlaufen, also hab ich einfach irgendeinen random Typen angesprochen. Ich hab letztens total random deinen Kanal gefunden. Lost. Und wie lief die Klausur bei dir? Ich war einfach nur lost. Weird. Okay, also ich hab mich jetzt endlich mit diesem Typen von Tinder getroffen und er war total weird. Creepy. Hey, ich bin gut angekommen, aber der Weg an der Psychiatrie vorbei ist schon echt creepy.